Und wir sind right on the track. Du musst immer weiterziehen. Immer weiterziehen. Wenn du ziehst, kommst du höher. Lass dich hier auflegen. Das ist ein Schiffschauking-mäßig. Du musst eigentlich immer ziehen, wenn du unten bist. Dann geht es eigentlich am besten. Das ist ein richtig cooles Spiel. Aber es ist wie ein Bluffdick. Das hat du die Schi-Traff. Wenn das nicht jemand in die Schi-Traff ist. Das sind doch für die Profis. Einen Meter hoch. Ach, die Schi-Camp dabei. Einen Meter hoch rein. Da brauchen wir nur so Stieren-Camps und Body-Camps. Freut sich aber schon, wie es geht. Fucking YouTuber. Das finde ich schon krass. Das finde ich schon krass. Das finde ich schon krass. Das ist mal krass. Einmal. Jetzt einmal rum. Nein, das liegt am Übergewicht. Das liegt am Übergewicht. Das liegt am Übergewicht. Okay. Ich glaube, das reicht, oder? Du bist ein bisschen. Okay, einmal noch. Ich merke schon, Nicole ist angefliegt. Ja, ja, ja. Machen wir das Auto auf. Der brennt ja hierher, der Plastik. Das ist der Motor. Das ist der Motor. Das ist der Motor. Weil der Motor zieht. Das ist die Motor. Der Motor. Ja, ein Motor. Das war's für heute.